hallo leute und herzlich willkommen zu einem neuen video heute gibt es von mir die klassiker batterie powerbox von veco feuerwerk mit 100 schuss 50 sekunden brenndauer ein kleines kaliber von 11 millimeter ist eine schöne batterie für 4,99 euro zum warm schießen also gibt es ja schon ewig und ich muss sagen ich werde sie heute einfach mal wieder testen um zu schauen ob die sich noch lohnt ich finde schon für den preis und deswegen gehen wir jetzt einfach mal und zünden die mal an viel spaß mit dem video so 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 so